Peggys Kosmetik- und Nagelstudio in Leipzig-Stötteritz. Noch nie zuvor rückten Kosmetik und Medizin so nah zusammen. Environ, eine wirkungsvolle Hautpflege, basierend auf rein natürlichen Stoffen. Außerdem Nageldesign, Nagelschmuck auch in Echtgold, Permanent Make-up, Zuckerenthabung. Bei uns werden sie von speziell ausgebildeten Fachkräften zu sehr flexiblen Öffnungszeiten zwischen 8 und 23 Uhr behandelt.